We were just interesting until something better came along Yeah! Das gefällt mir doch, das gefällt mir doch! Das gefällt mir doch! Und die Zeit beginnt! Ja! Triple Beteiligung! Triple 60! Come on! Ahmed! Let's go! Das gefällt mir doch! Das gefällt mir doch! 25 Sekunden left! Prattel Blanche! Come on brother! Let's go! 15 Sekunden! Yeah! Backlever at first though! And another backlever! 5,4,3,2,1 One! Forrest Ralph is about to begin! Yes! As soon as you are ready, please start your first round! Come on hype it up! We got Israel! Come on! Versus Dubai! Let's go! Let's go! Come on! Yes! Come on guys! And here we go! 2,3! Woo! Let's go! Yeah! 2,5! Yes! Strattel Blanche! 2,3,60! I can't believe this madness! 25 Sekunden left! Quick! Hey! Fast! Come on! Yes! 15 Sekunden left! Come on brother! Strattel Blanche! And 5,4,3,2,1 1,5,3,2 Okay! Achmed! Final round! Whenever you're ready! You can go! So! Just a little bit drinking! Get ready please! As quick as possible! Okay guys! Let's start! Noch die richtige Stelle muss rausgesucht werden. Okay Leute, versucht euch etwas dran zu halten und yes, klappt euch guys, einen riesen Applaus! Achmed, let's go! Yes, den Applaus! Wow, we have three seconds, wow, crazy, this man is going nuts right now. Front lever, yeah, back lever and fast out, give him your energy, give him energy Leute. Die letzte Runde, noch 20 Sekunden. Come on, 50 seconds left. Yes, 10 seconds left brother. And five, four, three, two, one. Yes, Taurus, please get ready for your final round. Whenever you're ready, your time starts. Yes, get ready guys. Come on guys, hold it up! Go French! Press, Leute! Yes! Come on! Ah! Und wieder zurück. Das ist was Schulterkraft bedeutet. Yeah! Hey! 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 Da war er wohl gerade in Besessen. Komm schon, Bruder! Jetzt geht's, Bruder! 5 Sekunden mehr! 5, 4, 3, 2, 1! Und die letzte Runde! Für diese Bälle ist es vorbei! Bitte, Athleten! Geht zu Ihren Körnern! Wow! Ihr seht so viel Liebe? Israel und Dubai! Das ist etwas Liebe! Komm schon, Leute! Applaus für Israel und Dubai! Emirate! Emirate! Verzeihung! Dann! Wer jetzt diese Runde gewinnt, wird der Frankfurt City Hero des ersten Flight Danics City Cups in Frankfurt, Leute! Einmal ein für beide Athleten! Yes! Und jetzt fangen wir sofort an mit den Statics! Eure Votes Judges! In 3, 2, 1! Statics! Gehen 4 zu 1! Anfaris! So, die erste Kategorie gehen Anfaris! Aber wie sieht's aus mit den Dynamics Judges? Bitte! In 3, 2, 1! Dynamics! Gehen Anachmen! Wow! Wow! Jetzt wird's interessant! Strength Dynamics! Meine lieben Judges! Wer bekommt diese Punkte? In 3, 2, 1! Strength Dynamics! 4 zu 1! Für Fahre! Und jetzt wird's! So, als nächstes gehen wir über zu den Kombos! Hier kann sich jetzt alles entscheiden! Judges! Bitte eure Votes für die Kombos! In 3, 2, 1! Die Kombos gehen Anachmen! Wow! Und schon wieder haben wir ein Unentschieden! Ihr müsst wissen, die Judges kommunizieren nicht untereinander! Alle Punkte werden separat voneinander vergeben! Das bedeutet, dass wir hier gerade einen Gleichstand haben, ist nicht selbstverständlich und auch nicht von uns geplant! Aber das haben wir jetzt so im Finale! Also, die Kreativität wird darüber entscheiden, wer der erste Frankfurt City Hero wird! Also, nochmal einen kleinen Applaus für Weihnachtsleben, Guys! Judges! Eure Punkte für Kreativität, bitte! In 3, 2, 1! 2, 2, 3! Damit hat Achmed diese Runde für sich entschieden! Achmed ist der erste FlyTanix Frankfurt City Battle Hero! Lieber Poser Wien! Unser FlyTanix City Hero! Juhh! Vielen Dank.